Wie wäre es einfach, seinem inneren Rhythmus zu folgen? Unser ganzes Leben ist nach bestimmten Rhythmen getaktet. Wir müssen sie nur kennen. Die Experten Prof. Dr. Lothar Seiwert und Silvia Sperling geben Antwort auf diese Frage. In ihrem neuen Buch, Die Intervallwoche, zeigen sie realisierbare Vorschläge, wie die bessere Arbeitswelt der Zukunft aussehen kann. Wer sein Leben an seinen biologischen Intervallen ausrichtet, hat vier entscheidende Vorteile. Mehr Gesundheit. Mehr Wohlbefinden. Mehr Wohlstand. Und eine längere Lebenserwartung. Mit der Verknüpfung von New Work mit unseren natürlichen Intervallen haben wir den ultimativen Schlüssel gefunden, die bisherige Arbeitswelt komplett auf den Kopf zu stellen. Die Synchronisation der inneren und äußeren Intervalle führt zu neuen Entfaltungsmöglichkeiten und damit zu Lebensglück. Lothar Seiwert. Silvia Sperling. Die Intervallwoche. Jetzt überall erhältlich, wo es Bücher gibt. Was ist das Wasser? Du hast da hier eine Nachschrift. Das ist das Wasser.